da macht es letztlich jemand du musst nicht auf den Schreibtisch gut äh ja ich weiß es gibt Leute die so rumlaufen und ich hab auch kein... oh ok ich dachte oh ok äh das als Büste ist mir neu ich meine ich hab kein Problem damit ich hab nur Freundin die von daher macht mir das nix aber soll ich mir die Lampe schnappen? ja du kannst nein kann ich nicht ich sehe schon wieder nix sie lässt sich öffnen nur nicht von mir wo ist der Vogel? der ist der Vogel ja ganz eindeutig ich laufe davor muss ich sie in deine Richtung erst hin? ja ok gleich steht sie hinter der Tür vielleicht das Spiel ist etwas leise oder? ne doch nicht durchsuche das Zimmer von Amanda so hier ist unsere Frau schnell zumachen ach so ne ich war mir nicht sicher was das für Beine sind die Chronik des Kultes der Lust mit diesem Eintrag initiere 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 danke ich offiziell den Kult der Lust unser vorrangiges Ziel ist es die Ketten der Menschlichkeit abzulegen und sich der ewigen Freunden hinter den Toren von Lust gar hinzugeben bei der Erfüllung dieser Mission wird Lauwabrak selbst der Gott der Lust und seinen Schein unterstützen Doreen Austerlitz 26. August 1928 List der Mitglieder wo ist Amanda Amanda ich weiß nicht wie wir mit Nachnamen heißen das ist auch seit 1928 die Geburt des Kultes ich habe eine der Zeitquests gestartet kann man machen muss man aber nicht kann ich mich ins Bett legen und einfach auf sie warten ein Buch kann ich mir das angucken? nein noch ein Buch kann ich mir auch nicht angucken noch ein Buch also meine Frau ist sehr belesen oder sie schreibt viel Tagebuch ich glaube das war er ich weiß von Bleistiftzeichnungen aber sonst was bewegt sich der Parkett so merkwürdig jetzt nicht mehr jetzt lebt sie schon hier und hat nichtmals Kleidung in einem weißen Kleid oder können wir auf die nein können wir uns nicht einfach in ihr Bett legen was ist das? sag nicht das ist ein Rätsel es ist ein Rätsel also ich habe es richtig angeordnet es ist noch nicht in der richtigen Reihenfolge würde ich mal sagen jetzt habe ich es es hat Klack gemacht wir sind ein schlaues Kerlchen Schatz ich weiß dass das alles hier unvorstellbar für dich ist es tut mir einfach leid das ist das einzige was dir jetzt ausreichen muss leider ich kann mich jetzt mit dir nicht treffen aber bleibe bitte in Anwesen und pass auf dich auf lenke nicht die Aufmerksamkeit auf dich alles wird gut suche nach weiteren Nachrichten ich liebe dich finde Amanda aber sie ist auch hier rein verschwunden die Tür auch wieder hinter mir zumachen äh wild wuchs das ist das wovon ich sprach ich habe keine Ahnung wovon du sprach ist das was ich meine dass es ist das sieht aus als würde jemand auf dem Tischchen sitzen völlig nackt mit gespreizten Beinen ja was wenn ich mich dem näher der hinter was Konarium lässt grüßen was ist das was ist das für ein ungetüm was ist das für ein ungetüm was soll das sein was soll das darstellen was soll das darstellen oh mein Bein schläft ein was sollt sind die could dieue Jetzt höre ich ne Geige. Ja, jetzt sind wir bei Hannibal. Du erinnerst dich, in irgendeiner Szene kommt Geigen mit Opernsänger, vielleicht hörst du das gerade durch meine Kopfhörer. Genau dieses Lied kommt auch da irgendwo bei irgendeinem seiner Dinner. Ich muss das hören, dann kann ich dir genau sagen, dann kann ich dir vielleicht genau die Folge plus das Dinner sagen. Ich werde es dir in der Aufnahme zeigen. Ist ja auch so. Ich kann dir am Lied sagen, welchen Dinner sind. Es war irgendeins mit Gemetzel. Weil genau dieses selbe Lied kommt auch bei irgendeinem Gemetzel. Ich bin mir sicher, ob das, was sie auch bei dem... Wie heißt es denn? Was ich so liebe. Gagreel. Da verarschen. Ich meine, eins von denen ist es. Ja, und hier wurde sich nackig gemacht. Ja, frage ich mich auch. Falsche Taste. So, auf sie mit Gebrüll. Ich weiß nicht, was mich jetzt erwartet. Ist der Typ eigentlich noch da? Nö, der ist auch weg. Das war's mit der Opernsängerin. Oh, Gott im Himmel. Gut, dass ich das alles verblenden werde, was jetzt kommen wird. Ja, das würde ich gerne umtun und einfach flinter durchlaufen. Ja. Oh, ich bin ja nicht allein. Oh. Ähm. 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 Wie rum ist egal? Wo mir? Du tanzt aber nett. Tört mich richtig an. Ah, anscheinend ist es egal. Kriegst du noch ein Höschen? Ja, wenigstens kriegst du noch ein Höschen. Ich will sogar ich. Ich werde es mir jetzt nicht zu genau angucken. Ah. Ah, okay. Okay. Dann will ich bei den anderen gerade nochmal gucken, ob ich da irgendetwas finde in dem Raum. Was ist denn das bitte? Entschuldigung, ich muss dir mal auf deine Füße treten, wenn ich denn hier vorbeikäme. Ach, der macht einen Handstand. Ah. Äh. Entschuldigung. Wollte ich nicht. Geht die Tür auf? Geschlossen. Okay. Ich gehe immer wieder. Ja? Ich gehe. Ähm. Wo lang? So viel Sex um mich, ich weiß nicht was mehr wo lang. Äh. Ja. Ja. Willst du auch? Er stöhnt mir gerade so lassiv in die Ohren. Also, nicht die Person hier um mich, sondern die Person, die ich spiele. Ich kenn das, wie gesagt, nicht. Äh äh, siehst du, das Bild wollte ich mir angeguckt haben. Hab ich ganz vergessen. Ups, Allah. Das ist nicht viel besser. Das ist wirklich nicht besser. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung Upsala, ich störe ja nicht Geh doch da Junge Zu dumm um Treppen zu Okay Zu dumm um Treppen zu gehen Ja Opernsängerin, gib's mir So richtig Ist das ein Engel? Könnte einer sein Jetzt sehe ich das erst Okay Okay Die haben zu viel Hentai Woher kommt das Spiel? Amerikanischer Produktion Oder japanischer? Oh Gott Ich werde das hier alles verblenden Aber oh Vom eins ist ein Mann, eins ist eine Achso, da sind Personen davor Aber da auch Nein, da nicht Oh Gott Achso, okay Äh, äh Ja, okay Gut Okay Gefällt es dir zuzugucken? Achso, bist du ein Mann Oder eine Frau eigentlich? Jetzt kann ich ja nachgucken Ein Mann mit hässlich zurückgegelten Haaren Und von hier kann man ja noch besser sehen Bist du denn weh? Nein, du bist nicht angezogen Kannst du dir mal was überziehen, bitte? Versuchst du das rauszufinden Aber Mädel, bist du nicht ein bisschen hoch? Um das zu machen, was ich denke, dass du machst? Außer du machst mit Äh, 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 Deutsch So viel Sex, ich kann schon nicht mehr richtig reden Äh Äh Außer du machst es mit den Händen Und nicht Mit dem Mund Geh weiter, Junge Hast jetzt das in Oh Gott, hier kann ich ja noch besser sehen Wollt ihr mich verarschen? Ah, da ist ja noch einer Oh Auf einmal steht der vor mir Sind sie denn wenigstens angezogen? Ich glaube nein Das ist nun die Zeremonie, über die sie sprechen? Oh, äh Entschuldigung, ich wollte nicht stören Entschuldigung Nee, ich hab's nur vom Polen bekommen Vom, was? Polen Okay Äh No comment Echt? No comment? Welches? Welches? Ah Selbe Entwickler Oh, äh, ja In dem Spiel wirst du noch Spaß machen Es gibt drei Teile da Ja Ich weiß von zweien Drei Der Hütte ist auf dem Weg Ach du Scheiße, ich weiß von zweien Der ist schon angekündigt Oh Gott Wir gucken gar nicht hin Wir wollen euch ja nicht stören Ich möchte nicht mitmachen Ja, ich möchte nicht mitmachen Sollt ihr euren Spaß alleine haben Es ist so dunkel Ich sehe gar nichts Na Oh 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 Ja, jeder weiß wonach das aussieht Ich vergesse mal die richtige Taste zu drücken das sieht aus wie geschlechtsteile gemischt finde ich persönlich sowohl weiblich als auch männlich also ja ist das noch mal wenn es beides ist schnecken sind oft bitte es ist so laut ich verstehe nichts wegen dem regen da ist wirklich regen guck doch ich verstehe echt nichts wegen dem regen da fenster siehst du es nicht doch es regnet ein ström dort wie heißt das macht mich besser macht es besser wir heißen das noch mal wenn es sowohl als auch ist da jetzt ich sehe den regen ich habe kopfschmerzen durch den regen scarlett nur mit mehr armen nein da war was da war was da war echt was was hat ein bisschen die statur von scarlett das hatte nur kein kopf und viel 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 mehr arme ich dachte es ist eine riesentanne aber ja oh gott in wo is wo 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 wo